Ich denke, jedem Menschen muss geholfen werden und gerade Menschen, die ganz neu in mein wunderschönes Land kommen, möchte ich natürlich so viel wie möglich davon zeigen und mitgeben. Sagt Monika Völk, die das Malteser-Projekt Refugits leitet. Gerade Kinder sind da sehr empfänglich dafür und wenn mich dann die Kinder anstrahlen, dann ist das meine Motivation dafür und fragen, wann wir wiederkommen. Also das ist wirklich der schönste Moment und das könnte man auch gar nicht mit Geld bezahlen. Also da merkt man, wie sehr sich diese Arbeit lohnt. Alle zwei Wochen ist Monika Völk gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen für die Flüchtlingskinder im Einsatz. Nach all dem Schrecklichen, das die Mädchen und Buben im Bürgerkrieg und auf der Flucht erlebt haben, sollen sie jetzt einfach Kind sein dürfen, lachen, sich freuen und gleichzeitig ihre neue Heimat kennenlernen und ganz nebenbei die Sprache üben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder total neugierig sind in diesem ganz unbekannten Umfeld, eine andere Kultur, eine andere Sprache und dass sie da sehr interessiert sind, wie Österreich ausschaut, wie da die Menschen sind und deswegen versuchen wir verschiedene Ausflüge anzubieten, ihnen was Neues zu zeigen. Im Naturhistorischen Museum waren die Kinder schon, im Haus der Musik, im Prater, im Tiergarten Schönbrunn und im Haus des Meeres, erzählt Refugates Leiterin Monika Völk. Ich glaube, der Moment, der mich am meisten berührt hat, war bei unserem ersten Ausflug. Wir sind ins Haus des Meeres gegangen und das ging gleich so ein Aquarium, wo man Fische streicheln kann und ein Bub fängt dann zu weinen und zu schreien und wirft sich auf den Boden und kreilt sich an meinen Füßen fässern und er wiederholt immer wieder, Wasser ist böse, Wasser ist schlecht und wie sich herausgestellt hat, ist der Junge mit seinem Vater mit dem Boot geflüchtet und ihm wurde eingetrichtert, dass Wasser ganz schlecht ist und böse und gefährlich. Das war für mich sehr bewegend, weil wenn ich meine kleinen Schwestern und Cousinen frage, Haus des Meeres ist super und toll und da ist mir diese Tragweite der Flüchtlingskrise wirklich bewusst geworden. Die Schatten des Vergangenen können schnell auftauchen und ebenso plötzlich verschwinden. Die Traumatisierung werden die Kinder nicht so einfach loswerden. Neue Eindrücke und schöne Stunden können ihnen aber helfen, ihr Gleichgewicht zu finden. Eines der lustigsten Ereignisse war, wir sind jausend gegangen und haben uns gedacht, das ist eine typisch österreichische Speise und haben uns für Palatschinken entschieden. Der Kellner kommt mit einem großen Tablett und ein Bub beginnt über das ganze Gesicht zu strahlen und grinst mich an. Pizza, weil Palatschinken total unbekannt waren und wir haben es sehr lustig gefunden. Es hat ihm sehr geschmeckt, die Kinder waren sehr begeistert.